ja hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Mod Review heute wieder im LS 17 und ja ich erstelle euch heute mal eine Mod vor die nicht sehr scheinbar jetzt gerade ist auf jeden Fall seht ihr sie hat was mit dem Forst zu tun ok ja und zwar stelle ich euch heute mal eine kleine Fun Mod vor diese Fun Mod finde ich aber auch im anderen Sinne recht nützlich würde ich jetzt nicht sagen aber recht praktisch und kreativ ja wir sind mit unserem Sprinter heute mal in den Forst gefahren um uns mal auf einem Sonntag etwas Kaminholz zu gönnen ja das ganze soll natürlich nicht so wirklich auffallen so eine Motorsäge wäre ja dann ein bisschen laut menschlich gesehen ziemlich abstoßend daher habe ich heute für euch keine Motorsäge sondern eine normale Säge und eine Axt ja und mit dieser Axt und mit dieser Säge können wir auch Bäume fällen Äste abhacken und Bäume auch klein hacken oder sägen so sieht das ganze dann aus mit einer netten Animation die halt von den ganz normalen Sägen abstammt weil ich denke mal es wurden ja einfach nur die stinknormalen Motorsägen zu einer Axt und zu einer Säge ersetzt so hört sich dann auch die andere Säge an man hört noch im Hintergrund immer so ein leichtes Motorengeräusch wenn ihr mal genauer hinhört ja aber das ist ja nicht so schlimm dafür ist es trotzdem recht lustig gemacht und animationstechnisch ich weiß nicht ob da mehr geht aber an sich ist es ja schon mal recht cool gemacht so kann man sich hier wirklich alles klein hacken und dann kann man sich die Dinger nehmen und dann kann man so richtig schön hier zeig ne so das könnt ihr wirklich mit allen Baumarten machen mit allem möglichen ne damit könnt ihr dann auch Bäume fällen ooo da fängt die Nägel hier so nehmen wir noch die normale Säge da habt ihr den gefärbt ja und dann könnt ihr auch mit diesen Werkzeugen die Bäume entasten 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 ja und dann könnt ihr auch ganz normal das Ding wieder klein machen ich finde es recht amüsant weil es halt mal was anderes ist außer Motorsägen und ja es ist recht lustig mit diesen Werkzeugen hier zu arbeiten als halt mal was anderes ist ne das ist halt nicht nur die Motorsäge es macht halt auch mal Spaß mit Sündenwerkzeugen hier das Werk zu verrichten und dadurch gibt es den Forst schon mal nochmal ne ganz andere ja ganz anderes Feeling ok so können wir jetzt schön auf unseren Sprinter hier das Holz aufladen ohne dass jemand was gehört hat außer dem Umfall in den Baum so packen wir uns den schön voll und dann können wir die Ladung wieder sichern hier und dann kann es auch losgehen ja ich hoffe euch hat diese kleine Mod-Review mit diesen schönen Werkzeugen gefallen war mal ne etwas andere Mod-Review aber ich finde die Mods sollten auch mal gezeigt werden und vorgestellt werden denn ich finde sowas echt krass und sowas es hat das Spiel nochmal um einiges auf und ich finde das ist nochmal recht amüsant auch mit so einem Gegenständen mal hier Bäume zu fällen ja wenn euch die Mod-Review gefallen hat dann gebt ihr doch einen Daumen nach oben für mehr lasst doch auch ein Abo da bis zum nächsten Mod-Review bis dahin Ciao Ciao Ciao